Max Eberhard und Sohn präsentieren die Wilde Maus XXL, die erste Full-Entertainment-Event-Achterbahn und die größte reisende Wilde Maus. Durch die durchgehend hochwertige Bauernhof-Thematisierung mit den zahlreichen Deko-Elementen, echten Blumen, Sitzmöglichkeiten für Passanten, 13 Wasserfontänen sowie die Animationsmaus und Ente ist der Coaster spektakulär und sorgt für viel Aufmerksamkeit auf ihren Festplatz. Bereits ab 1,10 Meter kann ohne Begleitung eines Erwachsenen mit der Wilde Maus XXL gefahren werden. Bei uns beginnt das Vergnügen bereits in den nicht von außen einsehbaren Parcours im Wartebereich, wo die Besucher eine Parcours-Überraschung ohne Aufpreis auf über 95 Meter mit 23 Spaß- und Spielelementen erwartet. Unter anderem Bauernhof Waschstrasse, Hebesenkzylinder, bewegliche Wasserbaumstämme, Schiebeböden und Drehteller. Über die lange Brücke vorbei, an den Wasserfontänen, erreichen die Besucher über weitere Wackel- und Kippböden und dem langen Laufband den Bauernstieg, wo die Besucher weitere Spasselemente erwartet. Dabei sorgen die Wackel-, Drehenden sowie rollenden Böden nicht nur bei den kleinen Gästen für großen Spass. Anschließend erreichen die Besucher über die Wackelbrücke den Bahnhof, der Wilde Maus XXL, wo sie in einer der elf aufwendig lackierten Einzelfahrzeuge, dem typischen Bauernhof-Stil, die unvergessliche Fahrt erleben. Für die Sicherheit unserer Fahrgäste sorgt die doppelte Bügelüberwachung, die nur von unserem geschulten Personal geöffnet werden kann. Zusätzlich sorgen Ausgleichringe für eine sichere Fahrt bei den kleinen Gästen. Über den Hochleistungskettenaufzug der neuesten Generation Mit reduziertem Geräuschpegel auf einer Fahrhöhe von 24 Metern angekommen, geht es nun auf der Schienenlänge von über 600 Metern durch drei große und zwei kleine Täler, sowie durch 19 typische wilde Mauskurven, auf die circa zwei Minuten lange Fahrt. Der Wilden Maus XXL, wo bis zu 60 kmh erreicht werden. Neueste Antriebsräder mit speziellen Lagern sorgen für eine rasante, sichere und zugleich sanfte Fahrt. Zehn Blockbremsen und drei Reduzierbremsen der neuesten Technik sorgen für die höchstmögliche Fahrsicherheit der Wilde Maus XXL. Durch unsere integrierte Fotoanlage mit zwei verschiedenen Perspektiven sowie vier Hochleistungsblitzen und integrierten Scheibenwischer sind beste Erinnerungsfotos in hochwertiger Qualität bei jeder Witterung garantiert. Bereits vor Ende der Fahrt haben die Besucher die Möglichkeit, ihre Erinnerungsfotos am Ankunftsmonitor zu begutachten. Als Besonderheit werden unsere Fotos in extra hochglanz lackierten und prägegestempelten Fotopaspartos des Volksfestes in limitierter Auflage angefertigt. In der Dämmerung sorgen über 320.000 LEDs für ein außergewöhnliches Erscheinungsbild auf ihrer Veranstaltung. Die vier beleuchteten Türme, Displays, Gondeln, beleuchteten Wasserfontänen, 180 LED-Strahler, 345 Meter Neon und aufwändige Synchronisation der Beleuchtung machen die Wilde Maus XXL zum weither sichtbaren Anziehungspunkt. Die Wilde Maus XXL hat wie in dem hier gezeigten Film eine Gesamthöhe von ca. 30 Meter auf 54,5 Meter Länge und 28 Meter Tiefe. Alternativ kann auch mit kurzer Front auf 28 Meter Länge und 60 Meter Tiefe gebaut werden. Ebenfalls kann unsere Wilde Maus XXL auch in der Standardversion mit 20 Meter Länge auf 45 Meter Tiefe und 20 Meter Höhe gebaut werden und ebenfalls mit langer oder kurzer Front. Die aus dem renommierten Hause McRights gebaute Anlage verfügt über das Sicherheitsqualitätszertifikat TÜV Süd und befindet sich aktuell in der Umsetzung zur höchsten Sicherheits-DIN-Norm 13 814. Zur Überwachung der kompletten Anlage wurden 32 360 Grad Überwachungskameras installiert, die in einem Kontrollraum jederzeit vom Personal eingesehen werden. Die europaweit patentierte Full Entertainment Achterbahn Wilde Maus XXL Präsentiert von der Firma Max Eberhardt & Sohn GmbH Die Sensation auf ihrem Festplatz Diese Wilde Maus ist einzig, nicht artig. Sie ist einfach XXL. Wie finden Sie denn die Umsetzung mit der Parcours hier in der Achterbahn? Gut, es sollte hefter so sein. Wie hat es euch dann auf der Wilde Maus XXL gefallen? Richtig gut, also ich würde es immer fahren. Ja, ich auch. Und wie fanden Sie es? Cool. Das war richtig genial. War schön. Neu ab 2017 wird die Zukunft noch wilder. Exklusiv nur bei der Wilde Maus XXL Achterbahn fahren in einer neuen Dimension mit 3D Virtual Reality Brillen. Ab 2017 mit 5x3 Meter großen LED-Videowand, wo eigens produzierte Filme wie Aufbauzeitraffer oder zum Beispiel Werbung für ihre Veranstaltung oder zum Beispiel Werbung für ihre Veranstaltung oder Fluchtwege wiedergegeben werden. Seit 1899 ein großer Begriff im Schaustellergewerbe. Max Eberhardt & Sohn präsentieren die Wilde Maus XXL. Etwas Gutes wird noch besser. Etwas Gutes wird noch besser. Untertitelung des ZDF, 2020